hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von minecraft dungeons ja wir sind hier in einem überbuerten temp kann man das so sagen der ist zwar für meinen level bereich jetzt ein bisschen ja hoch muss man sagen aber ich gebe mir mühe also bis jetzt sind wir noch nicht gestorben sagt er und starb aber wir kommen halt auch gut voran also so ist ein bisschen schritte langsam langsamer mache na klasse ich kann ja über die baumwürfel drüber ich idiot kann ja über der bäume hast du ja voll vergessen na klasse und was hat es jetzt gebracht gar nichts nichts hat es gebracht ja okay wir wollen ja noch schätze finden und alles möglich also mit geöffnete druhgames 8 und nun geheimnisse das ist zwar ein bisschen dünn aber okay bei null geheimnisse kann ja nichts übersehen hat er jetzt ist jetzt so ein blümelchen beschworen kann ja wohl nicht wahr sein klar wir bringen immer blümelchen mit für irgendwas so das geste bin ich jetzt echt begiftet wer von dem ende die halten schon gut aus die jungs und da hat man mein ding kapotten macht mein blammer alpaka der bündnis komm komm ich hab klein momenten pils Komm her Blöde Andermann Eine Axt habe ich gekriegt Ja, okay End Hör auf zu casten Trinkt das sowieso nix Oh, da sind viele Gegner Viele, viele Gegner Viele, viele bunter Smarty Alpaka, halt durch Uh, äh, das ist schon Andere Hausnummer Aber okay, ich bin jetzt schon Level 34 Wir kommen voran Ey, das war doch einfach Zombie, oder? Hab ich das echt übersehen? Kann ja wohl nicht wahr sein Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey Hat er gesehen Hat er gesehen Hat er nicht gesehen Oh, oh Ist eine rolle noch Oh, 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 oh Oh, oh Oh, ostat puh das war knapp apfel apfel okay aber ich habe nur noch zehn pfeile das ist ich bin dankeschön viele pfeile pfeile sind immer gut drei von der pflanze ein bisschen rolle nebenbei immer rolle immer mit rolle immer rolle rolle macht gut selbst die normale standard tentakel pack ich jetzt nicht was ist das hilfe panik panik immer bis die rolle kommt pilz haue ich mir noch wenn und dann haue ich auch noch raus boah leck mir lecker mir ach gott dann kann ich mir gar nicht lang pfui jawoll bis der heilung habe ich jetzt entwickle weg er ist weg der zweite habe ich jetzt auch das mal alpaka schon wieder gestorben und jetzt drei große ob das ist doch nicht das ist nicht witzig jungs das ist nicht witzig hat jetzt mit einem move my alpaka niedergestreckt das kann ja wohl nicht woher sind boah pfui boah alpaka gib was weil der eh ditz und es ist weg boah ich hab kein pfeile boah 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 äh gemeines gedöns oh das ist ein schweinchen schwein gib mir bitte was gutes okay ich hab was gekriegt aber ob das besser ist weiß ich jetzt nicht so das ist Müll haben wir jetzt echt mal alpaka gelünscht das kann doch wohl nicht wahr sein das kann doch wohl nicht wahr sein ich brauch jetzt schon zwei Angriffe um ein normaler creeper zu lynchen ach das sind Mülls okay also fecht zum fechthalle äh es ist wirklich hart hier also ich ich struggle jetzt schon die ganze Zeit rennen mach du die jungs nerven alle bei ein bisschen brauche ich nicht den push zu verstecken ich hab dich trotzdem gesehen ich hab keine pfeile mehr na komm ich hab immer ein bisschen Gas das ist bös also ich muss ganz ehrlich sagen das ist jetzt auch witzig die jungen ich hoffe dass es hier in der ecke was gibt was sich lohnt ich hoffe es so stark und einmal nichts na klasse einmal nischt okay hier gibt es noch überall geheimnisse in dem spiel also ich hab bis jetzt noch nö nö okay da habe ich pfeile das schlimme ist ja selbst creeper brauchen schon zwei schläge bis sie fallen die pflanzen sind hier auch noch schlimm also klar die schießen immer so ein bisschen und ich kriege auch meine Lebe zurück aber Dado ist das übelste ey schlag und mich zerreißt es fast schon mal kurz warte bis es äh cooldowns weg sind warum drücke ich immer rechte maustaste why so Alpaka auch wenn du jetzt nicht mehr viel schade machst aber Hilfe kannst du mir trotzdem dem oh emeralds so äh okay hier kriegt man noch mal emeralds ach ich wollte doch einfach nur pfeilschießen und jetzt dynamit werfen menno naja okay überall stehen statuen rum aber wie gesagt kannst du nix drücken nix machen nix tun hast du nicht gesehen er war vorbei also was ich am anfang noch gesagt habe so egal super power waffe und im moment sagt die biste ganz schön aber okay man muss ja auch mit recht das ist ein hohes level und meinem level ist davor eigentlich noch gar nicht ausgelebt was ich hier habe aber die hoffnung wenn ich das durch gespielt habe also das ist gespielt das level soweit wenn ich das mir so weit durch bin dass ich damals nicht er alter ich mag denne golem net hui golem sind golem sind echt ich habe nur noch zwei pfeile dünn echt dünn ich könnte mir mal alpaca wiederhole so komm ein paar schade hat es ja gemacht aber diese pfeile ochlö wieder verprallere ich mal pfeile also sterb an dem blühen auch komm da hätten er jetzt noch mal was anders drin soll können also nur emeralds hätte er mal so pfeile ein königreich für pfeile so pfeile und so zwei pionett steckt also hätte ich jetzt nichts dagegen mal alpaca noch noch von denen erst mal zurückziehen heilen und sammeln so oh hier haben wir gleich mal rein oh klasse fallen genau das was ich immer gebraucht habe mehr fallen auch nö gibt es jetzt so das ist nur mein wow so böswilliger tempelmäßig das ganze gleich hier rüber ja ja wo kommen wir denn da hin ah ja ist gelogen wo willst du denn da durchkommen wotter Au, au Ach, ich hätte auch da hinten rumgehen können, ich Idiot Jetzt bleibe ich aber erstmal hier stehen, um mich ein bisschen zu heilen Ich kann ja auch runter Aber da falle ich dann runter, ich Idiot Jo, komm Macht sie kaputt, schlacht sie ab Ich wollte es gerade sagen, solange keine große kommen, ist alles in Ordnung Au Lauf, Forrest, lauf Manjare Okay Braucht noch mehr von der Negrose, ich glaube es hackt Ob, das muss doch gesetzt sind jetzt, oder? Geil Boah, ich bin schon bald Okay, da sind auch noch einige Was kommt ihr denn alle her? Das sind noch ein paar viele von der Schamane Ein Pfeil noch Hebe ich nochmal auf Ach, noch eine Truhe Ninja So, das gucken wir uns noch an Also das kann weg Das kann auch weg Das kann auch weg 44 wird schlechter 48 ist besser Nahkampfgeschönlichkeit ist 25, Gesundheit erhöht Oh, ja Oh, Schutz hätte ich Bei geringer gelittenen Schaden Ich weiß nicht, ich finde die halt besser So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen Ich hoffe ihr habt genauso viel Spaß wie ich Haut rein, genießt den Tag und Tschu